Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Raft in der zweiten Staffel zusammen mit dem Ice Dragon Hallöle! Dem Nils Hallo Und ihr Benni? Hey So, dann gucken wir ob du es jetzt schaffst uns da raus zu bringen Ich hab's ja fast Ich will nicht wieder kriegen Da hin das hin dahin dahin So Töpfe sind wieder bei da am Arbeiten Ich muss mal gucken ob ich mir eine Springanlage-öäh, eine Batterie machen kann mit mir in die Springanlage Ich würd sagen wir haben es Ehe ich will auch sagen und das war mal woanders immer wieder Kupfer-Kunststoff-Schrottes sollte kein Problem sein ich bin immer so verbluten aber Wasserrohr Hinweis Ich lerne es mal direkt Hilfe Ja ich geh da links weiter Laufen Laufen Lauft Lauft um euer Leben Ich hab so ne Sauerstoffflasche Ich auch Ich nicht Tür geh auf Ja genau mach ich Nein Heiko mach du auf Ich bin drin Also die Springeranlage hat funktioniert kurz Ähm Wo müssen wir hin? Wo wollen wir denn hin? In der Cafeterie und Hochessen In der Cafeterie ist Luft ja und Ratte Sie hat funktioniert aber sie müsste woanders stehen Ich will nicht mehr töten können So Aber wir können aufnehmen Ich weiß dass es nicht mehr bewusst weiter geht Wir haben eine Sauerstoffflasche Ja ich nicht Ja wir suchen und holen dich dann Alles klar Genau Ich muss woanders stehen Ah hier sind überall Luftlöcher Heiko du kannst mitkommen Ok ich komm mit Wir sind eben an der Decke ab und zu Oder drübenestens hab ich jetzt mal eins gesehen So ich wäre jetzt nochmal im Storage Kommen wir da oben irgendwie weiter? Ja hier drüben Hm Bedenk an deinen Sauerstoff Wo bist denn du? Ich glaub jetzt zum Frontage musst du machen Genau Jetzt kommt man zur Frontage Ah Du mag einfach hochschwimmen Da gibt's Sinn Ja komm ich wieder hoch Hier lässt du mich ja nicht hoch Einfach hoch Heiko nicht direkt dran stehen ne? Ja 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 Ok Bin oben Laufen 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 Immer weiter laufen Da ist ein Gitter Da geht's wieder zur Cafeteria Haben wir hier nicht vorhin? Doch ja Hier sind wir ganz vorhin gekommen Ja hier sind wir runter gesprungen Ja Und dann sind wir hier nach links gegangen Hast du Bock? Erst zurück Ja Beziehungsweise eigentlich geradeaus zur Cafeteria Die Plantate Äh ja mein ich ja Ist das gleiche Ja Immerhin gibt die Wegweiser Ich glaub das würdest du nicht gehen würde man sich ziemlich verlaufen Man braucht halt zur Seite Ja Hehehe 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 Das Wasser ist unter Strom Achtung Ja Nein 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 das ist nicht ok 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 Und jetzt kriegen wir auch Bananen und Erdbeeren Ja keine Früchte Ja ich hab die Erdbeeren Und Erdbeersamen Lecker Hm das gibt ja keine Rezepte für Du kriegst das Ding an Die sind sehr nachhaft Sonst hab ich mich ja keine Rezepte dafür Wir brauchen drei Klebeband Ich hab von eins Ja hatte ich Äh gucken ob wir hier irgendwas finden Übrigens das tut weh das ähm Elektronische Ja das weiß Hatte ich mir schon was gedacht Ich wollte es nur gesagt haben Es ist ja auch nur Strom ne Hm frag Mike und nur Strom Hehehe Kannst du mich genau so fragen Ah ja hier ist der Rest am Klebeband Oh so also ich hab genug Es ist nicht am Tag Ich hab die drei Klebebänder Ihr könnt vorne aufmachen Ja ich kann auch mit mir da nix ein Aber Ich hab die Springeranlage von Mike mal umgesetzt So erreicht sie mehr Mehr stellen Oh Verluste Frage Ihr habt alles an Erdbeeren und Bananen geholt Äh ich konnte nur Bananen holen Äh nur Erdbeeren holen So dann haben wir jetzt schnell ein Screenshot Für die Folge Och da braucht ich ja was mit Kredit Nicht das erste Mal So Erdbeeren und Erdbeeren und Erdbeeren ja Ja Hier hinten brauchen wir wieder Klebeband Oder im Kleinen Kleinen Soweit ich weiß Ey wir brauchen hier dreimal Klebeband Kriegen wir das jetzt her Ja Und das ist eigentlich so ich bin fast tot Ich würde mir gerne hier stehen bleiben und regenerieren Ich könnte da hinten mal durch die Tür gehen Ja Hab sie da ist kein Wasser mehr Da komm ich mit Und ich weiß nur nicht was hier vielleicht an Tieren lauert Ja Kann alles mögliche sein Ok jetzt erstmal eine Treppe hoch Oh Ah Ausgang Hoch geht's Ja Zur Frage Wo steht unser Floß Äh achten Roboter Ja ich weiß Loco außen Hat einen Taser Wollen wir dich hier stehen kann man fällen ne Alle Ach gut Alle Äh fangen wir an Frage habt ihr schon ne Schlüsselkarte? Ne Nope Weil ich würde uns nämlich gerne einfacheren Zugang hier hochlegen Ok dann würde ich sagen äh Äh Gegen Uhrzeiger sind aber die Häuser durch oder? Ja Heiko warte mal Ich würde gerne erstmal Habt ihr einen Roboter schon möglich? Ne Dann mach das mal Dass wir eine Schlüssel gerade erstmal kriegen Ja Ja mein du und der Taser alter Ach ich bin tot Ich dachte nicht dass der Roboter so stark ist Der Roboter ist ganz stark Ja Ich muss auch mal eben schnell weg hier Möchte mich jemand ins Bett bringen? Äh Gerade noch nicht Ich würde gerne erst einen Schlüsselkarte haben Ja dann fangen wir mal an Roboter zu killen Ich bin ja auch fast tot Ja ich such gerade erstmal unser Raft Kannste immer suchen wenn du Schlüsselkarte hast Kann ich Ja 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 Hast du wahrscheinlich das Falsche gerade geöffnet Ne Dafür braucht man gar nichts Für die hier Hey Ich kann einfach E drücken Ohne irgendwas zu benutzen Hallo Ich dachte da brauchen wir eine Schlüsselkarte Ja Ähm Benni wo bist du? Ähm Wenn man die Treppe hoch geht Links halten Und dann da wo der erste Roboter patrouilliert Na der Hm Ich würde gerade vom Roboter überfahren Wow Wow Oh Hallo ist jetzt noch ein Roboter Hallo Ist jetzt noch ein Roboter? Hallo Kann man nicht fahren Ja Alkohol bist du gerade? Äh ich lauf gerade gegen den USA gesehen einmal rum Okay Dann müsstest du das gleich rechts rauskönnst dann boah Genau Dann können wir nämlich einmal Sachen abnehmen Äh ja So sieht's aus Boah Ich will Eier haben wir dann bitte Äh füttert mal jemand wieder unsere äh Tiere Hallo Erben dir eigentlich wenn man den Viertel Ich glaube nicht Nein ich glaube nicht Dankeschön jetzt so wissen Früher ja Gibt's Milch? Na die Mose um muss nur in die Stühle ich mir was sagt ja jetzt gibt es müssen und dennoch er und er sahen wenn es kommt dass ich alle sagen dass ich die Dinger auch noch ernten soll die Milchstern Prozent also eigentlich er benötigen es zu mir in der Eintracht und zu sagen k ich koche den Blöder er hätte ich jetzt in den Tieren und bemerkt er hätte jemanden sind die Taten dazu Heiko die Taten er hat siebenmal ok man verklingt um na dann eben das schmecken auch nicht schön ja schmeckt gut also das ist ein Appelamm, ok die bringen wir hoch zu dir alles gehen wir wieder auf die Insel gleich also ich kann mal mal was zu essen aus den Hellabschick der Gemüse der Gemüse ist jetzt nicht so pralle das ist nicht so viel gebracht das Gemüse-Ding Doppelzettelbisten Schöckner Großfleisch, das ist wie der Steaks ja so sieht aus wir haben die Heidegrillen mal wieder anschmeißen lange genug aus gewesen ich könnte schon wieder Kartoffeln ernten, das ist unglaublich ich habe noch einen Fisch im Endeffekt auch ich habe die Springanlage mal umgesetzt damit die ein paar mehr Bereiche erreicht ach so die funktioniert jetzt ok die funktioniert ja, ich habe die Batterie gemacht funktioniert, aber ich habe sie jetzt mal um zwei Blöcke umgesetzt ich weiß auch nicht, mit der Wasserleitung dann erst später ja gut, das werden wir sehen ja, die Wasserleitung ist wie bei der äh, na, Halbverfleetung ja, da war ich auch nicht dabei ich meine, aber jetzt mal von insgesamt halt quasi, dass die immer einen Block wegkommt ja, das dachte ich mir, aber gut, dann muss man wahrscheinlich einfach nur die anderen Betefläche höher setzen weil so erreicht es eine deutlich größere Fläche ok, weiter gehts, wir sagen hm, was wollen wir hier jetzt eigentlich gerade erreichen? erstmal alle also ich will sagen, Haus-v-Haus durchluten in die Reihen gehen äh, Roboter? teilweise schon, ja du kannst, glaube ich, jetzt auf alle rein ja, ok, Benni zusammen schaffen was den Platz zu machen wir könnten uns von hinten einfach anschleifen ah, haben wir keine Seile? doch, hier in der Küste jetzt musst du einfach ein paar Blätter nehmen und wenn nicht, wir haben Blätter echt toll ok, wir haben eine Schlüsselkarte ja, die brauchst du, glaube ich, für die Türen dann ok, dann, äh, lass mal los welches Gebäude wollen wir anfangen? äh, Eis, das hier was denn? ich würde das Schiff ein Stück umsetzen ja, mach dass du unten einmal Anker kostest dass wir da wirklich an die Rampe ranfahren an welche Rampe? ne, warte, ich die, die vorste Tür ach so, die nach vorne, ok ja, warte Anker ist hoch? wir müssen halt bloß ein Roller dafür platt machen ne, Wege schleichen wir neben vorbei ne, die Tür ist ja genau vor ihm das ist das Problem wo der fast tot ist ja, ich auch ah warte, warte, warte ich bin tot ich auch Nils ja, warte mal ach ach jetzt stehen wir genau drinnen jetzt können wir da nämlich einfach hier drauf ja, wo seid ihr? erste Gebäude, wenn du recht kommen darfst ne, wenn du von der Treppe hoch kommst, links rum erste Gebäude ja ist schon ne Unterschied rechts rum erste Gebäude oder links rum ja, ich weiß äh also von der Treppe, ob wir hoch gekommen sind hinter dir, hinter dir, hinter dir hinter dir ne, was sind denn hier? lauf wieder zurück, wo du gerade warst ey, das ist aber dann rechts von der Treppe ja, aber hier sind wir ja halt uns nicht dies nicht an uns vorbeilaufen hm so, wo ist der Heich schon wieder ein Topf ist auch wieder fertig hey, kannst du mal Heikurs im Wasser fischen? ne, hört mir die Hand Heikurs im Wasser oder? oder? ah, es klappt nicht wow ja ja weiß ja ich dachte, das mache ich ins Bett ok, das war ja ich verbrauche aber auch Planken am Fließband aktuell, ne? ja wir kriegen aber auch Planken gleich ohne Ende ja ja oh, ne nee, Kollege ich hoffe, wir haben noch Ton unten äh, ich weiß, dass es mit Kloppen ist äh, Ton habe ich mit mir in der Küste musst du mal reingucken sonst habe ich nämlich bald keine Schalen mehr ähm ach, diese Vögel ständig wozu gibts Vogelscheuchen, wenn da ständig irgendwelche Mögen dran sitzen ok, ich bin im ersten Gebäude drin danke, dass du da war danke, dass du da war dankeschön dir jetzt äh, so Bananen äh, IS, du hast doch einen Bogen, oder? ja brauchst du den momentan? nein würdest du mir den ausleihen? ja würdest du feiertert war? äh, bitte ja dankeschön bisschen mehr Platz im Inventar Heiko, bist du da unten in das Haus rein, ne? äh, ja, hier wo? alle haben den Fahrstuhl wo seid ihr denn? da wo wir gerade waren wo waren wir gerade? ne, genau wo waren wir gerade, ja Heiko, lass uns einfach schon nach oben fahren, oder? ne, wir warten jetzt diese beruhigende Fahrstuhlmusik, ey ja ich hab übrigens auch schon Erdbeeren angepflanzt jetzt, ne? ja nee, Hausnummer 3 ja, ich hab ja von nem Roboter verfolgt ah, ich bin unter, über euch jetzt bin ich bei euch ja, da kann sie hier durchspringen hinter dir Aldrin? ja diese Musik ja ja weil die alle um die Späne hatten, das stimmt weiß ja nie haben wir noch noch jemanden? voll nütz, ey, ja die Töpfe machen ja gerade gar nichts, das geht ja mal gar nicht so wow äh, ganz wichtig, Tangora-Token bitte mitnehmen Tangora-was? Tangora-Token Überrasse gewonnen ey ja, gut Appetit Schrott? ne, weil ich, ich würd gern Klavier holen, ne? Tangora-Token gefunden ja, wir brauchen 10 Stück davon was können wir denn mit denen machen? heiko, du hast bestimmt deine Machete bei, oder? natürlich dann kannst du sie hier einmal benutzen wo? wo soll ich die benutzen? hier wo ist du? hier drüben einmal raus und dann hier, dann links rum da hier, weißt du? ja ah oh, Tresor ja, also auf dem Dach ist nichts Panier und Titania, okay, dafür ein Tresor, na gut heiko heiko Klebeband nicht vergessen, den brauchen wir noch... hatten wir doch unten gebraucht genau, brauchen wir unten noch nicht vergessen wo haben wir denn hier alles? geht so aus hab ich ins nächste Haus du warst da auf dem Dach schon? ja, waren nur Schrott und sowas ähm Seilbahn oder so gehen vom Dach nicht weg, ne? ähm von einem anderen Dach ok, dann ran hier und drauf achten, es gibt einen Fahrstuhl mit einem Geheimknopf wie sieht der Geheimknopf aus? der ist hier links oben von der Tür glaube ich mal ok gut, dass du das schon weißt glaub ich zumindest aber irgendwo im Raum war der zumindest ein Fahrstuhl weiter geht's hier rum ja einfach heiko nach wenn Roboter kommen ist heiko dran wofür brauchst du den Honig eigentlich? ähh Biokraftstoff ah ok ich wollte gehen hier eins rein ja so jetzt aber einschmeißen in den Affinerien für den Biokraftstoff ok, wir müssen den Roboter killen danach können wir auch in zwei Mann kann man was einschmeißen beim Biokraftstoff da in die Affinerien? ähm äh ja rechts da sind so Kanister und da musst du es einfüllen und dann hast du mal einfach in eine Reihenfolge gemacht eins, zwei, drei und so weiter jup ok in der 3 in der 3 waren wir jetzt gerade richtig? ja gut, dann gehen wir jetzt gleich in die 1, dann in die 2 und dann in die 4 hier ist ein Roboter oh ey, ich möchte mal sagen ähm das machen wir auch mit der nächsten Folge weiter hehehe ok, lassen wir Roboter eben mal erledigen ja gut, das war's ok, wer geht's auch? ok, ich hab eine Schlusskarte habt ihr gut, aber das nächste auch machen wir in der nächsten Folge wir haben die schon ja überlänger ja gut, das ist nicht ganz wenig ich hoffe euch hat die Folge gefallen lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns immer morgen zur nächsten Folge wieder bis dann tschüss und bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss